einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt ach das kenne ich die haben auch das schweinchen spiel gemacht was ich gespielt hatte peasant knight oder so heißt das spiel wiederholen wiederholen Entschuldigung. Das macht nichts. Achso, das ist so gewollt. Ich benutze den linken Tester, um anzuhalten. So wie es aussieht, kann das auch ein schnelles Platin-Spiel werden. So wie es aussieht, kann das auch ein schnelles Platin-Spiel werden. So wie es aussieht. Ah dort, dort. Mensch. Jetzt Taps. Ein Level machen wir noch und dann reicht das auch. Das ist ja nur ein kleines Spiel. Also das ist eigentlich... Nur immer anhalten. Ah da hat er zerquetscht. So. Dann würde ich jetzt hier auch... Also ihr seht ja, das ist eigentlich immer das Gleiche. Wir müssen hier immer zum Portal. Mehr ist hier nicht zu machen. Und man muss halt immer anhalten. So. Und an der richtigen Stelle anhalten. Sonst wird man zerquetscht. Oder von so... Ja. Ach man. Oder von diesem Feuerteil. Verbrannt. Oder einem Blitz. Oder zerquetscht. Ja. 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 Ops. 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 Also da müssen wir... Man muss schneller sein. Hoppala. Bevor der Blitz einen trifft. Dass man da durchkommt. Okay. Da sterben wir. Hoppala. Da sterben wir auch. Und da sind wir zu langsam. Immer noch zu langsam. Hoppala. Und. Ah. Scheiße. Wieder zu schnell. Und tot. Und tot. Und tot. Und tot. Und tot. Hoppala. Und tot. Es ist doch nicht. Es ist doch nicht. Es ist doch nicht. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Ah. Ich muss schneller sein. Oh. Ah. Jetzt haben wir es geschafft. Vor dem Blitz. Okay. Und schon wieder eine Trophäe. Und schon wieder eine Trophäe. Hoppala. Ach du Scheiße. Ich... Oh. Ich hasse diese Jumping. Ah. Okay. Da habe ich jetzt keine Chance mehr. So, dann soll es das jetzt soweit gewesen sein. Wir haben uns das angeguckt. Bisschen komisch und dann sterbe ich in deiner Natur nur noch. Hat keinen Sinn mehr. Aber vielleicht komme ich ja irgendwann mal weiter. Sollte ja auch nur kurz das angezockt sein. Es ist halt nur ein 7 Minuten Video geworden. Das ist aber auch nicht schlimm. Koffert euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. A Däumchen, wir A Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin haut da rein. Ahoi. Das sagt euer Odin.